Hallo liebe Überwachungsgegner, ich begrüße euch zur Stopwatching-Ust-Demonstration, die heute in nahezu 40 Städten in Deutschland stattfindet, so wie in vielen anderen Städten weltweit. Es freut mich, dass trotz der unsäglichen Hitze so viele gekommen sind, obwohl hier eigentlich Hunderttausende stehen müssten, denn es geht um nichts weniger als um den Schutz unserer Grundrechte und des Rechtsstaatsprinzips. Heute scheint die Unschuldsvermutung nicht mehr zu gelten, das Recht auf Privatsphäre ausgehebelt. Für die Geheimdienste sind wir alle potenzielle Terroristen oder Staatsfeinde. Ganz besonders Deutschland steht, wie wir im Zuge der Enthüllungen der letzten Wochen erfahren konnten, unter besonders intensiver Überwachung. Wir protestieren, weil wir nicht glauben, dass es für unsere Sicherheit wirklich notwendig ist, alle unsere Kommunikation zu durchforsten und zu speichern, weil wir glauben, dass Terrorismusbekämpfung nur ein Vorwand ist, der uns dazu bringen soll, die Einschränkung von Grund- und Menschenrechten als notwendig zu betrachten. Und weil wir wissen, dass die Gefahr viel zu groß ist, dass unsere aller Daten missbraucht werden könnten, sei es durch Staaten, Geheimdienste oder Hacker. Weil wir diesen Zustand nicht länger hinnehmen wollen und die Regierung keinerlei Bemühungen zeigt, unsere Privatsphäre zu schützen und den gläsernen Bürger zu verhindern, wie auf Whistleblower wie Edward Snowden oder Bradley Medding angewiesen sind, um die Wahrheit zu erfahren, gibt es meines Erachtens zwei elementare Forderungen. Whistleblower, Whistleblowern muss Schutz und Asyl gewährt werden. Eine Bestrafung von Menschen, die uns unter Lebensgefahr aufklären, um unsere aller Grundrechte zu schützen, muss auf das Schärfste verurteilt werden. Überwachungsprogramme wie Prism, Tempora oder Index, müssen gestoppt werden. Sowohl das Ausspähen als auch das Speichern von Daten darf nur in Einzelfällen und mit richterlichem Urteil erfolgen. Die Unschuldsvermutung muss wieder gelten. Die Missachtung von Grundrechten und des Rechtsstaatsprinzips darf nicht länger geduldet werden. Wir haben alle ein Recht auf Privatsphäre und vertrauliche Kommunikation, ob beruflich oder privat. Wir müssen so lange auf die Straße gehen und den Politikern auf den Geist, bis unsere Grundrechte wieder im vollen Umfang gelten. Die Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips und die demokratische Kontrolle über staatliche Geheimdienste und andere Dienste wiederhergestellt und vor allem sichergestellt ist. Dankeschön!